Willkommen zur Weihnachtsstory in Roblox. Erstmal wünsche ich euch alle frohe Weihnachten. Ich hoffe, ihr kriegt die Geschenke, die ihr euch gewünscht habt. Genießt auf jeden Fall die Zeit mit eurer Familie. Genießt auf jeden Fall auch das Video. Und ich wünsche euch an ein frohes Weihnachtsfest, Leute. Los geht's. Notfall, Notfall. Geht sofort zur Weihnachtsfabrik. Was? Wieso, was ist los? Was geht denn jetzt ab? Die Weihnachtsmann-Werkstatt. Was ist denn da los? Vorsichtig, der Weihnachtsmann ist drinnen. Wieso, brennt die? Er ist verrückt geworden und versucht Weihnachten zu ruhen. Oh mein Gott, wie sieht der aus? Digga, der sieht da richtig crazy aus. Der hat sie ja nicht mehr alle. Und wir haben nur ein paar Stunden, bis wir die Geschenke liefern müssen. Oh nein. Also, wird es an dir liegen, um Weihnachten zu retten. Oh was? Oh Gott, oh Gott, ich hoffe, dass wir kommen ja hin. Keine Sorge, ich werde dich bei deinen Aufgaben begleiten. Wir müssen alle Geschenke einsammeln und auf den Schlitten legen. Oh, okay. Ey, Geschenke einsammeln, das kann ich, glaube ich, noch. Das kriege ich noch hin. Die Geschenke sind überall in der Fabrik verstreut. Lass dich nicht vom Weihnachtsmann erwischen. Verstecke dich, wenn du musst. Wieso sieht der so gruselig aus? Ich kann dir mehr Anweisungen geben, sobald du das abgeschlossen hast. Okay, 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 okay. Weihnachten zählt auf dich. Okay. Hast du gehört, was wir alles machen müssen? Das ist ja richtig crazy. Okay, dann lass mal ab und zu uns Weihnachtsgeschenke finden. Hier ist eins. Hier, Nummer eins. Sehr gut. Auf den Schlitten legen. Auf den Schlitten drauflegen. Oh mein Gott, wie gruselig sieht der aus. Seh den gar nicht. Er ist oben gerade. Er ist oben gerade. Hier raufgepackt. Wir können doch was stecken als Geschenke, ne? Wusstest du das? Ja. So. Zack. Ich bin ein Geschenk. Zack. Ich auch. Alter. Sehr gut. Aber ich bin voll langsam. Wie kann ich das wieder wegmachen? Hier, geschnochen Geschenk. Sehr gut. Hab die mitgenommen. Sehr schön. Alle. Wow, der Zug überfährt mich. Hier ist ein Geheimsgeschenk in der Unterschlucht oder so, ne? Lol, okay. Hey, ich will hier lang. Hallo, darf ich mal lang? Man kann nicht mehrere nehmen. Man kann nur eins zur Zeit nehmen, sehe ich gerade. Ich will den Weihnachtsmann. Oh mein Gott, der war gerade hinter mir. Ehrlich? Hau ab da, Santa. Was willst du? Hier ist voll der kleine Eiskühlschrank. Der ist der Weihnachtsmarkt. Der ist Fokus auf mich. Hey, hier war doch gerade noch ein Geschenk, Leute. Wo ist das hin? Okay, warte mal. Hier ist auf jeden Fall keins mehr. Also, wir brauchen noch 20 Geschenke. Wo soll die hier überall sein? Hier unten bei mir sind noch mega viele. Hier ist Rudolf eingefroren. Oh Gott, oh Gott. Ich muss hier nochmal mit der gleichen Takt. Ja, der kann Leute einfrieren. Hab ich auch eben gesehen. Ich hab eins. Ich hab ein Weihnachtsgeschenk. Ey, du musst mal hier reinkommen. Hier ist 11. Fabrik. Hier sind auch so viele Räume, die ich noch nicht abgecheckt hab. Ich weiß. Hier gibt's voll viel, was ich noch nicht abgecheckt habe. Oh mein Gott, da läuft der Weihnachts-Wand. Oh nein. Verstecken. Der Zug. Der Zug, der Weihnachts-Zug. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hat er mich gesehen? Ich geh in den Rentier schuppen. Okay? Er haut ab. Er haut ab. Okay, alles gut. Das, 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 Randolf. Alter. Du kannst auch, du kannst auch mit dem Zug fahren, ne? Ehrlich? Aber es bringt uns das. Wir müssen noch Geschenke sammeln. Ich geh nochmal in den Rentier schuppen, weil ich glaub, da sind noch Sachen, Geschenke, die wir noch nicht gefunden haben, die die Rentiere für uns veröffnet. Ach hier, lol. Komm doch mal her. Häh? Ach so. Okay, da bist du schon runtergelaufen. Nee, da war ich doch gar nicht. Ach so. Ja, okay, warte mal. Und jetzt zeig ich dir mal was. Wir können nämlich jetzt hier nach oben, du siehst es, nach oben laufen. Oh mein Gott, da sind, guck mal, hier oben sind alle Geschenke. Siehst du das hier oben? Oh Gott. Oh nein, der Weihnachtsmann kommt. Bro, er hat mich nicht gesehen, ne? Der Weihnachtsmann kommt. Oh mein Gott, der hab ich fast. Er hat mich fast, direkt hinter mir. Er hat das Geschenk geklaut. Mach dich zum Geschenk, mach dich zum Geschenk. Ich bin runtergesprungen. Er spricht auch aus dem Fenster. Okay. Hier, ich sammle hier das Geschenk ein. Zack, hab ich. Ganz, ganz, ganz vorsichtig, Kollege. Ey, es fehlen noch so viele, ne? Es fehlen noch so viele. Ich seh da vorne noch ein Geschenk. Hier liegt sogar direkt noch eins. Ich seh da vorne ein Geschenk gerade. Das schnappt. Alter, was ist denn hier los, Leute? Was geht hier ab? Wie groß ist das? Ah, man kann doch mehrere als eins einsammeln zur gleichen Zeit. Ehrlich? Wusste ich gar nicht. Nö, das ist doch voll gut. Oh, hier ist keins mehr. Oh, nee, hier ist nichts mehr. Das muss drinnen sein. Irgendwo drinnen. Vier Stück noch, ne? Da, warst du schon in der Elfenbeckerei? Nee, nee, da war ich noch nicht. Da war ich noch nicht. Oh, er hatte die die ganze Zeit. Ah. Wow, der hat alle Geschenke einfach am Start, ne? Krass. Okay, da haben wir schon mal die erste Aufgabe geschafft. Die erste von ein paar. Ja, arbeiten in der Fabrik. Guck mal hier, 1904 gearbeitet in der Fabrik und wie der Weihnachtsmann da aussieht. Das Bild ist ganz kaputt, wie der da aussieht. Stimmt, da ist irgendwas passiert oder so. So sah der früher aus. Der sah früher nett aus. Drei Stunden bis Weihnachten. Oh nein. Nur noch drei Stunden Zeit. Wie sollen wir das denn schaffen? Gut gemacht. Ich bin wirklich beeindruckt von dem, was du getan hast. Ja, wir auch. Deine Magie ist ganz anders als meine. Aber sie ist nützlich. Ich habe viel mehr Opfer erwartet. Hä? Aha, viel mehr Opfer als... Was? Oh Gott. Hast du das gehört? Ich lache, ich habe das gehört, ja? Was war das? Oh nein. Oh mein Gott, was ist denn das für ein Ding, Bro? Oh mein Gott. Ein gruseliger Schneemann. Das ist der gruseligste Schneemann, den ich jemals gesehen habe. Trosti. Ich habe nicht erwartet, dass Frosti aus seinem Winterschab aufwacht. Es sollte dir gut gehen. Er kann nicht in ein Gebäude gehen, weil er so kalt ist. Deine nächste Aufgabe ist es, etwas Rentierfutter zu sammeln. Oh Gott. Okay, 20 Mal Rentierfutter. Hier ist Futter. Ein Futter. Hier eine Karotte, eine Karotte. Die sammle ich direkt auf jetzt. Zwei Futter. Du kannst mehrere auf jeden Fall aufsammeln. Das ist schon mal gut. Ja, sehr gut. Oh Gott, Frosti. Und dann noch ein Nussknacker. Was macht der denn? Ehrlich? Frosti ist voll schnell. Alter. Okay, ich habe drei Rentierfutter schon mal. Ich gehe jetzt mal weiter. Er haut ab, er haut wieder ab, er haut wieder ab. Da, ich habe noch mehr Rentierfutter. Ich habe voll viel schon. Ich habe vier Stück. Ich bin der Beste. Sehr gut, ja. Was ist hier noch? Ich sammle, ich liege aber noch nicht aufs Ding. Noch nicht auf den Schlitten. Oh, hier liegt auch noch was. Sehr gut. Im Clubhaus ist nichts. Hier sind direkt zwei. Oh, na siehst du es. Hier ist auch noch Kommunikation. Oh mein Gott, das ist der Weihnachtsmann auch noch. Wir haben Frosti, Weihnachtsmann. Beide zusammen? Oh, um Gottes Willen. Oh, um Gottes Willen. Okay, ich schnappe mir nochmal hier. Hier ist nochmal. Bro, ich habe so viel. Sehr gut, ich auch, Bro. Ich habe so viel. Was ist hier alles noch? Lol. Ich habe sechs Stück. Hier und es ist noch mehr. Hier, zack. Ich habe auch nochmal fünf. Ich habe fünf. Ja, ne? Hier ist noch ein Sechster. Sehr gut. Hier ist auch noch einer. Ich habe ja schon zwei raufgepackt, ne? Ich habe noch gar keinen raufgepackt. Okay, dann lass den mal. Hier ist ein Schloss. Das können wir noch nicht aufmachen. Das ist schon eine geheime Tür. Das können wir noch nicht durch. Da können wir vielleicht später durch, Leute. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Okay, dann ich gebe mal meine Dinge ab. Ja, ich auch mal. Hier sind noch mehr Schlösser, ne? Da war einfach so ein Nussknacker, ne? Eben. Der hat einfach außerhalb genommen. Ja, der hat auch noch eins gefunden. So. Und bam, direkt elf Stück. Sehr schön. Ich habe siebzig Münzen dafür bekommen, ne? Hier, der hat auch nochmal ein. Sehr gut. Ich habe sechs Stück nochmal. Also viel fehlt auf jeden Fall jetzt nicht mehr. Leg rauf, leg rauf. Ja, mache ich, mache ich. Warte. Und... Zack. Ich gucke, ob ich noch irgendwas wieder sehe. Drei Stück nur noch fehlen jetzt. Bro, die ist mir viel zu schnell. So, komm schon. Alle raufpacken. Aha. Gehst du da drei Stück? Alle raufpacken. Drei Stück fehlen noch. Los, das haben die, das haben die. Die machen das aber nicht. Glaubst du, ehrlich? Ehrlich? Der wohnt zum Nussknacker, lol. Ach, wenn der Weihnachtsmann dich schnickt, dann werden die zum Nussknacker. Was? Wer hat den gerade gehauen? Und der Typ wohnt zum Nussknacker. Ach, deswegen sind jetzt diese Nussknacker, Leute. Ey, der da oben hat die. Der hat die Karotten, aber der bringt die nicht weg. Was soll das? Bring sie weg. Bring sie weg. Los. Du sollst die Karotten da noch rauflegen. Pass auf! Der Weihnachtsmann. Pass auf! Was machst du denn da auch? Sag mal. Ich bin mit dem Zug gefahren. Du findest mich nicht. Oh, ich finde dich auch nicht. Ich hab mich gerade versteckt, Mann. Also ich hab das weg von mir. Okay, so. Haben wir auf die Wahl die Fütterungssachen auch schon mal geschafft, ne? Das alles ist gut, damit wir Weihnachten wieder retten können. Weißt du, der Weihnachtsmann hat. Was dreht ja auch immer durch. Das waren gerade nur noch drei Stunden bis Weihnachten, ne? Das ist ja doch anders. Sag mal ganz ehrlich, was wünschst du ihr zu Weihnachten? Zwei Stunden bis Weihnachten. Okay, okay. Vergiss meine Frage. Ja, zwei Stunden nur noch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gut gemacht. Gute Arbeit beim Überleben. Okay, ja. Und jetzt? Alles klar. Was ist da los? Frosty hat mir einmal etwas Wichtiges genommen. Ich möchte nicht, dass dir dasselbe passiert. Was hat Frosty denn genommen? Was denn? Hoffentlich ist das die schlimmste unserer Probleme. Was hat Frosty genommen? Ist so. Also, lass uns die gute Arbeit fortsetzen. Okay, welche Arbeit sollen wir als nächstes machen? Die Geschenke einpacken oder? Oh Gott, was war das denn? 16 Kartenstücke wurden ausgehändigt. Hey, ach, damit wir wissen, wo die überhaupt hingebracht werden sollen, die Geschenke. Okay, ich sehe ja schon mal ein Kartenstück. Ich habe schon mal eins. Ja, sehr gut. Ich habe schon eins. Ich habe schon zwei. Ich habe schon drei. Ich bin der Beste. Oh mein Gott, hier ist der Weihnachtsmann. Ich habe auch nicht einmal so ein Kartenstück gesehen. Wo soll das noch so was sein? Der ist direkt hinter mir. Lauf, machst du ein Geschenk schnell. Das ist die Frau. Nee, das ist der Weihnachtsmann. Es wurde auch erst eine Karte abgegeben. Haut ab. Lass mich in Ruhe. Der ist direkt hinter mir. Safe hier in diesem Briefkasten. Alter, der ist voll schnell. Der haut nicht ab jetzt hier. Ich habe voll viele... Er hat mich. Was? Du bist ja richtig schlimm. Was? Die Sachen haben mich auf einmal erwischt aus dem Nichts. Ich kann es ja von Weihnachtsmann geholt werden. Aua, alles gut. Alles gut. Ich musste mich viel spawnieren. So, ich habe sieben Stück abgegeben. Ich habe richtig viel Geld gerade bekommen. Oh mein Gott. Sehr schön, ja, sehr schön. Wir sind draußen noch ein paar. Läuft Frosty draußen rum? Ja, oder? Ja, ja, Frosty ist immer noch draußen. Aber die Frage ist ja... Ja, wo sind die? Ob hier noch eine Karte ist. Ja, hier liegt sogar noch eine hier draußen. Und noch eine. Lol, das haben die ja gar nicht eingegangen. Und noch eine. Sehr gut, sehr gut. Frosty, hau ab. Oh Gott, der ist voll schnell. Okay, warte mal. Haben wir noch mehr Karten draußen? Nee, hier ist nichts mehr. Okay, ich gehe hier mal runter. Okay, ich lege nochmal die Karte jetzt hier ab. Na, wir haben nämlich doch mal eine weitere Karte. Oh mein Gott, du hast die letzte. Ich bin gerade zum Nussknacker einfach so geworden, ohne dass der Wein, dass man da war. Einfach so? Vielleicht ist das... Ach, ey. Das kann man sich da nicht kaufen. Ja, genau. Dann versteckt er sich hier nicht als Geschenk, sondern als Nussknacker. Man kann hier nämlich so Sachen kaufen. Wie Kuisiten. Hä, wo bist du gerade? Bist du auch unter so Feuer? Wie Feuer? Ich bin hier gerade unten in so einem Feuerraum. Unten irgendwo. Hä? Hä, ich bin in unserem ganz normalen Raum. Die letzte Stunde bis Weihnachten. Oh nein. Hä? Weihnachten ist bald was. Gute Arbeit bisher. Das wird die letzte Aufgabe sein. Aber es ist nicht einfach. Welche Aufgabe wird es sein? Der Weihnachtsmann stellt überall in der Fabrik Fallen. Oh mein Gott, die Zuckerstandfalle. Er denkt nur, dass alles seinen Weg gehen kann. Das werden wir nicht zulassen. Weihnachtsmann, hör mir zu. Wir werden dich besiegen. Hör auf Weihnachtsmann. Du musst ein paar Weihnachtskekse sammeln. Lass uns die letzte Aufgabe beenden und Weihnachten retten. Kaspar, das klingt gut, oder nicht? Das klingt sehr, sehr gut. Aber wie sollen wir das denn jetzt anstellen? Wir müssen die Weihnachtskekse sammeln. Und es sind zum Glück auch nur 14 Stück. Ah, okay. Au, au. Ich bin in eine Falle gelaufen. Nein. Frosty kommt. Frosty kommt. Frosty kommt. Der Weihnachtsmann sieht mich nicht. Er sieht mich. Der Weihnachtsmann sieht mich. Jetzt habe ich, jetzt kann ich auch alles anders verstecken. Der blöde Weihnachtsmann, Leute. Ey, hau ab. Ihr Horsum. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Der soll abhauen, Leute, der blöde Weihnachtsmann. Eingesammelt. Sehr gut. Okay, was haben wir hier noch? Sehr gut. Der wird auch mal stecken. Guck mal, was ich jetzt schon bin, wenn ich mich verstecke. Guck mal, guck mal auf mich. Was bist du? Wieso, was bist du? Guck doch, warte stehen. Hier, und... Ja, ja. Okay, versteck dich. Hä, wie bist du das denn geworden? Eine Laterne. Ah, Bro, er konnte mich trotzdem sehen. Hast du das gesehen? Er hat mich doch zurück verwandelt. Nein, 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 nein. Der sieht dich, obwohl du... Der ist so gut. Der sieht dich mittlerweile, obwohl du... Das hat er doch auch gesehen, wie du dich verwandelt hast. Das war doch voll schlecht von dir. Stimmt, stimmt. Mein Gott, der ist direkt hinter mir. Der ist direkt hinter mir. Hey, wo sind jetzt meine Kekse denn? Oh mein Gott, das war gerade so knapp. Ich habe so viele Kekse. Gib die Kekse lieber mal ab. Gib die Kekse lieber mal ab, sonst... Ich habe so viele Cookies. Die Cookies. Cookie, Cookie. Ist hier auch was drin? Ist hier oben jetzt noch ein Keks über oder so? Sind die jetzt Kekse zurückgesetzt? Alter, das ist gerade ein Geschenk vorbeigelaufen. Ich habe so viele Kekse, Kasper. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Guck mal, guck mal oben jetzt, guck mal oben jetzt. Guck mal, eins von 14 und... Und... Boah, wie viele hattest du? 11 von 14, 10 Stück, Alter. 10 Stück hattest du einfach. Hatte einfach 10 Cookies. Okay, uns fehlt noch ein Keks, ne? Es ist ein Keks, Kasper. Den hat auch safe schon jemand. Den Keks hat auch safe schon jemand. Ein Cookie. Und wir haben das Weihnachtswunder gerettet. Komm schon. Ein Cookie nur, ne? Wo ist der? Hier ist er auch nicht, ne? Der muss hier unten sein irgendwo. Ne, unten habe ich schon geguckt, der war da nicht. Und hier? Also entweder hat den gerade wirklich jemand... Ja! Jemand hat ihn abgegeben. Okay, jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt, was jetzt passiert. Oh mein Gott, ich auch. Oh mein Gott, das Weihnachtswunder. Ich bin weggezogen, um alle Geschenke zu liefern. Hä, also bringt der Weihnachtsmann dir jetzt doch weg? Du kannst dich endlich ausruhen. Du hast es verdient. Ja, sehr gut. Hä? Heißt es jetzt, wir haben... Hä? Was ist da? Da fliegt der Weihnachtsmann. Da fliegt der Weihnachtsmann. Bis bald. Frohe Weihnachten. Hey, was? Wir haben Weihnachten gerettet. Wir haben das gute Ende. Das Ende. Wir haben das gute Weihnachtsmann. Und jetzt? Oh, oh. Oh mein Gott. Was ist mit ihm? Was? Oh! Was hat er gemacht? Okay, raus hier! Es brennt! Raus hier! Alter! Wohin, wohin, wohin? Es schnürzt ein, wohin. Die Weihnachtsmann-Fabrik schnürzt ein! Im Clubraum? Nein. Im Clubraum geht es nicht. Hier lang, hier lang, hier lang. Oh nein! Nicht das Feuer berühren! Da können wir durch! Schnell, Alter! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Oh, das ist gerade gar nicht. Wir werden es jetzt nicht überleben, war das alles umsonst. Ja, ja, ja. Oh mein Gott. Ist schon jemand draufgegangen? Weiß ich nicht. Das war alles umsonst dann. Ich weiß nicht. Es brennt auch alles hier. Die ganze Fabrik schnürzt ein. Lauf! Alter! Nein, 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 nein. Schnell, das ist der Notausgang. Ja. Der Notausgang in der Weihnachtsmann-Fabrik. Und? Oh, oh. Der Fall. Oh mein Gott. Obbi, obbi, obbi. Oh mein Gott. Wir müssen obbi hochklettern, ne? Oh mein Gott. Schnell! Krassabkürzung. Bevor es einstürzt. Schnell. Oh Gott. Ja. Oh mein Gott. Auf dem Wert dieser Toren hier. Und hier rüber. Und... Lauf, 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 lauf. Und jetzt hier durch. Durch hier. Oh. Ja. Guck mal. Jimmy wacht auf. Jimmy hat jetzt sein normales Weihnachtsfest. Und unten sind alle Geschenke da? Was ist das denn? Kohle? Ist doch nur Kohle. Er weint. Hä? Was ist los? Hat er seine Geschenke nicht... Du hast es geschafft zu überleben, aber... Nein, was ist mit dem Weilen? Nein. Aber war das wirklich das beste Ergebnis? Aber Jimmy hat trotzdem keine Geschenke bekommen. Was hätten wir denn besser machen können? Was haben wir denn übersehen? Oh mein Gott, nein. Oh nein. Ey, wir hätten da wahrscheinlich beim Fernsehsender was einstellen können. Loool. Das könnte sein, ja. Oh mein Gott, Leute. Nein. Jetzt haben wir Jimmy keine Weihnachtsgeschenke. Ich verhalten sonst. Wir sind wieder, Loool. Ich bin ne Couch. Oh doch. Das war's in dem Fall gewesen, Freunde. Wenn ihr euch nicht habt, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Checkt auf jeden Fall hier das Video aus, Leute. Einfach draufklicken. Und auf rein. Bis morgen. Ciao, ciao. Und frohe Weihnachten. Ich bin da auf den Insel. Ich bin da.